Nordblech Nordblech ist der Posaunkor der Nordregion. Das bedeutet, es sind verschiedene Bläser, die aus verschiedenen Kirchengemeinden der Nordregion kommen, zusammen in einem Ensemble musizieren. Und angesichts des Krieges haben wir gesagt, wir müssen irgendwie etwas tun. Wir müssen ein Zeichen setzen gegen den Krieg, indem wir für Frieden blasen und singen. Brass for Peace, Friedenslieder singen. Also ich bin der Überzeugung, dass das Gebet wichtig ist und hilft. Und wenn wir nicht beten, wer macht es dann? Und natürlich ist auch unser Ziel hier, einige Informationen, die wir bekommen, zum Beispiel über Initiativen, die hier in der Nordregion in Potsdam starten, auch zu informieren. Dass wir gerne eine Anlaufstelle schaffen wollen für Menschen, die natürlich mit diesem Krieg irgendwie auch hier konfrontiert werden durch die Nachrichten und so weiter. Dass die halt sich hier versammeln können und sich austauschen können über die Situation. Lass uns bedenken, Gott, wir sind alle deine geliebten Kinder. Mache uns bereit zu ausgewogenen und differenzierten Urteilen gegenüber ukrainischen und russischen Menschen. Um eines bitten wir dich. Um eines bitten wir dich. Da Pazem, Domine, da Pazem. Gib Frieden, Herr, gib Frieden. Da Pazem, da Pazem. Gestet, der Pazem, da Pazem. Da Pazem, da Pazem, da Pazem. Da Pazem, da Pazem.